Hallo und herzlich willkommen zurück zu KSWP4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu einer kleinen Runde angespielt. Heute zeige ich euch einen Titel, der wie Coolspot wahrscheinlich auf 3788 weitere Plattformen geportet worden ist. Dabei handelt es sich um ein Spiel aus den 1990. Es kam aber auch noch auf den Genesis raus, Amstrad CPC, ZX Spectrum, C64, NES und Lynx. Und es handelt sich dabei um Roadblaster. Das ist mein erstes Lynx-Spiel. Ich bin vom Formfaktor komplett baff. Das Ding ist im Endeffekt so flach, fast ein bisschen, ja, wobei doch fast so flach wie eine Hu-Karte, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe mit Ninja Warriors. Und ich habe sie mir geholt, damit ich natürlich auch wieder einen meiner Adapter testen kann für das Analog Pocket. Weil dieses Ding kann ich bis dato noch nicht auslesen. Aber was es noch nicht ist, das kann eventuell nächste Woche ja schon sein. Auf jeden Fall probiere ich das aus mit einem dieser Pocket Adapter, in dem Fall den dritten. Ich entschuldige mich nochmal fürs Husten, der geht nicht weg. Man steckt das Ding hier rein, dann sieht das ungefähr so aus. Und dann kommt das Ding hier in den Analog Pocket rein. Sieht Gott sei Dank nicht so sperrig aus wie mit den Hu-Karten. Aber so guckt einen direkt das Atari-Logo verkehrt rum ins Gesicht. Ist doch auch mal nicht schlecht. Na gut, ich würde mal sagen, das Ding packe ich in den Dock und dann spielen wir eine Runde Roadblaster. Ich bin sehr gespannt. So, da sind wir auf den Analog Pocket. Ich sage mal Play Cartridge. Und ja, ich muss auch hier noch unbedingt die ganzen Images und Datenbank und Tölele. Ich muss mal gucken, ob man wieder mit dem Pocket Updater wieder was machen kann. Wenn ihr daran Interesse haben solltet, weil ihr auch einen Analog Pocket habt. Und das Einwickeln der Cores in die Dinger per Hand ist ein bisschen fummelig. Aber es gibt einen super Updater, der das alles machen kann. Und dann gibt es sogar noch ein paar, so ein bisschen extra. Das ist ziemlich cool. Na gut, aber egal. Wir spielen heute Roadblaster. Ein Tengen-Game. Alter Schwede, die Pixel sind so groß. Also ich kann mich erinnern, dass damals in den Kommentaren jemand bei Outrun gesagt hat, boah, ist das ein Pixel-Match. Ich toppe es gerade. So ein bisschen. Special Fangs an Atari Games. Yeah, mit dem Atari-Logo. Atari. Warum das Ding nie irgendwo gelandet ist? Das frage ich mich. Gucken wir mal nach, was der Analog Pocket noch im Endeffekt jetzt noch rausholen könnte. Gucken wir mal nach. Lynx, Video. Was hätten wir denn für Display-Modes? Wir hätten das Analog-Lynx, was mir eigentlich recht gut gefällt. Wir hätten das Original-Lynx. Das sieht dann so aus. Mit sehr, sehr krassen Scanlines und diese... Ja, wobei, Scanlines gehen ja so. Und das sind dann Vertikalien. Das war halt... So sah halt damals das Ding aus. Der Lynx. Übrigens, der Game Gear auch. Ich hab... Meine Frau hat ja ein Game Gear. Und das ist ein katastrophales... Für heutige Stand der Technik furchtbar. Für damals vielleicht noch okay. Und der Lynx Plus ist dann der Lynx 2 wahrscheinlich. Naja, gut, okay. Es bleibt auch das Gleiche. Wir nehmen den Analog. Da sehen die Pixel zumindest aus, als würde man die nennen können. Frame Blending brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist ja die Tatsache, dass wenn dann schnell aufflackende Pixel dann dementsprechend transparent werden können. Habe ich euch, glaube ich, bei F-ZoGP Legends, glaube ich, auch gezeigt. Aber ich glaube, das brauche ich hier bei Road Blaster nicht. Ich starte nochmal direkt rein. Nehmen wir... Nehmen wir... Nehmen wir... Oder starten einfach mal bei Bubble City. Musik geht schon gut ab. Mag ich schon gut leiden. Starten einfach als Rookie. Das schießen. Ach, Gas geben ist steuerkratz nach vorne. Äh. Wer macht denn sowas? Eih. Ich bin schon kaputt. Naja, gut, okay. Aber wie gesagt, man kann schießen. Man hat eine Fuel-Anzeige, die man sich dann mit diesen grünen Dingern auffüllen kann. Braucht man auch, weil wenn die Fuel-Anzeige vorbei ist, heißt es Game Over. Ja, und Autos abschießen ist natürlich ideal. Äh. Und ab und zu hört man dann auch mal was. Ach. Einmal drehen. Boah. Wird vom Turm abgeschossen. Wie frech. Ja, gibt auch außerhalb der Dinge auch dementsprechend Abschusstürme. Und eine Sprachraussage. Die... Naja. Sagen wir mal, sie ist okay. Guck mal, ich muss die ganze Zeit sogar noch nicht mal aufbauen drücken. Oh, jetzt kommt, äh, neue Waffe. Was krieg ich denn? Oh, eine Kanone. Die ich auch nochmal ballern kann. Tju, 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 tju. So, Checkpoint. Yay, Bonus-Fuel. Auch sehr wichtig. So, jetzt kommen Minen. Da sind zwei, da sind zwei. Tja, aber das ist es. Road Blaster. Bl-bl-bl-blasters. Ich höre immer, oh my. Ich muss das mal genau analysieren, was der Typ da wirklich sagt. Aber sonst, ja. Mich hat das Spiel angesprochen, weil... A, ich wollte auf jeden Fall einen Adapter checken. Und B, es war das günstigste Lynx-Spiel, was es zu dem Zeitpunkt, als ich es testen wollte, äh, auf Ebay gab. Und das günstigste Lynx-Spiel, wo ich zumindest sagen kann, okay, das, das, äh, das passt zumindest dann auch in meine Sammlung rein, ist genau das. Oh, meine... Mein Schuss ist weg. Whiii. Oh. Mich explodiert. Und es lag bei 25 Euro. Nur das Modul. Es gibt bestimmt noch weitere Lynx-Spiele, die wahrscheinlich auch eher gepasst hätten. Aber ich habe mich für das entschieden. Schneller, schneller, schneller. Da kommt wieder Fuel. Bing, bing, bing. Also ich mal wegrutsche bei diesen Rampen. Jetzt nochmal genau hinhören. Hör, bing, 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 bing. Whatever. Sprachausgabe. 1990, Lynx. Aber wie gesagt, es gab auch eine Genesis-Variante. Also Megadrive-Variante. Und eine NES-Variante. Aber ich muss zugeben, hab ich alles nicht gespielt. Schöner. Ui, der Turbo. Nochmal. Hab ich noch einen Turbo? Einfach mal auf 298 hochgeballert. Nice. Jetzt muss ich so weiterfahren. Die blauen Autos kann ich nicht abschießen. Die sind permanenter Dings. Aber ich bin begeistert, was man damals aus den Lynx rausgeholt hat. Na, weil das ist definitiv keine Atari... Ja, das könnte Atari 7800 Niveau gewesen sein. Na, so ein NES-Niveau. Wobei das Spiel auch für Genesis, äh, für Megadrive rauskam. Aber ist mir... Ist mir... Noch nie so aufgefallen. Oh, jetzt haben wir Motorräder hier. Fans. Ja, komm, gib mir ein neues Item. Wieder eine Kanone. Oh, extra few. Tada. Ich find, die Motorräder sind sogar extra fies. Aber so ein Car-Combat-Spiel à la Outrun... ...hutten wir jetzt auch nicht mehr. Piu-piu-piu-piu. Bonus-Fuel. Oh, alle, alle. Okay. Andere Taste zum Schießen. Da. Minen. Da sind Minen. Ich fahr mal nur mit 80. Nein, ich bin so langsam gefahren. Aber wie gesagt, an den Seiten gibt's auch noch, ähm, Gegner. Ich versteh kein Wort. Mann. Ja. Ja, nein. Die Türme. Ui. Jupp. Oh, Minen. Langsam fahren. Wobei ich's noch nicht erlebt hab, dass die Minen in der Mitte waren. Aber ist so geil. Zockt das Spiel in 4K. Ich sehe... No pixel much. Könnt jeden Pixel bei Namen nehmen. Helmut. Henry. Pauline. Manfred. Wobei, das Scoreboard sieht dann noch gut aus. Na, und im Endeffekt war ich... Ich war leicht enttäuscht. Muss ich auch wieder zugeben. Ich hab, äh, mir dazu ein, äh, Rockfrog geguckt, weil ich mit Road, Roadblasters konnte ich nichts anfangen. Was ist das? Noch nie gehört von... Oh, jetzt hab ich Missiles. Jetzt wird's interessant. Äh, Feuer? Wow. Ich hab alles weggebombt. Glaube ich. Jetzt ist meine Special-Dings weg. Schade. Nein. Och Mann, wie gemein. Wo war ich? Ach ja, beim Rockfrog. Das Rockfrog wurde, glaube ich, mit doppelter Geschwindigkeit gespielt, weil das... Ich war leicht enttäuscht, weil ich hab's angemacht und dachte so... Na, so schnell ist das doch gar nicht. Vielleicht spielst du es nicht auch schwer oder so. Keine Ahnung. Demit. Extra fuel. Geht weg. Geht weg. Wobei ich zugeben muss, beim Rockfrog sah es wesentlich schwerer aus. Oh, wie der Min. Oh, ich rutsch erstmal aus. Oh. Gut, dass ich runter vom Gas gegangen bin. Das ist doch Mist mit dem Min, das muss man doch auswendig wissen. Kommt doch keiner mehr. Oh. doch das geben und für uns gleich leer nein ich kann einmal continue machen es war keine punkte mehr aber level stufe 9 kommen einmal konnten immer noch wien warnung das musste auswendig wissen sonst keine chance fährst sonst gnadenlos in die mine rein gibt mir eine beschleunigung ja boost power das war schlecht und wieder min ein führer ist gleich wieder leer ich konnte mir noch viel schnappen das war knapp da No. Einen Highscore kriege ich nicht, aber ich glaube, speicherbar ist der wahrscheinlich ja eh nicht. Weil auf diesen kleinen Modulen kannst du nichts speichern. Boah. Du bist echt gezwungen, alles abzuschießen, weil du brauchst diese blöden Fuel-Perlen. Boah. Traffic Jam. Die rogete Kugel fährt einfach weiter. Leute, weiter geht's. Level 11. Booster. Booster. Alles verstören. Yes. Es wird dann alles weiß. Ich kann durch alles durchfahren. Direkt nochmal. Einfach Gas geben. Da, jetzt wird's wieder normal. Du Motorradfahrer, ne? Ja. Ich hab's sogar noch ein. Ja, auch mal verschießen können. Das ist so dumm. Ich hab noch einen. Nein, ich hab keinen mehr. Oh, was passiert jetzt? Jetzt kommen die Leute von hinten. Boah, Mann. Schießen oder ausweichen? Am besten beides. Ui, jupp. Oh, von einem der Seitentürme abgeschossen worden. Ach, Mann. Hui. Ah. Chill. Boah. Die Musik ist schon cool. Irgendwie. Oh. Hab ich jetzt ein Schutzeschild? Schutzeschild? Geil. Ja gut, das braucht man aber bei diesen Stellen hier. Min. Okay. Schutzeschild. Boah. Ja, das hat sich jetzt gelohnt, das Schutzeschild. Auch wenn ich es mindestens einmal verhunzt habe. Nein, so nah am Auto dran gewesen. Come on, weiter. Vitamin. Oh, natürlich in der Mitte. Oh, und an der Seite. No. Wie gemein. Na, gucken. Schaffe ich die 15 noch? Mal schauen. Die Technik wird es knapp. Uuuh. Ich will doch nur die roten Orbs haben. Ich will doch nur weiterfahren. Ich fahre mal so. Den roten Orbs habe ich nicht bekommen. Schade. Du musst schon auf den Seitenstreifen fahren. Sonst kriegst du ja echt Schiss. Ich schaffe die 15. Nice. Achso, und jetzt kann ich nochmal auswählen, ob ich weiterfahren möchte. Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. Nein, wir machen mal 15 weiter. Turbo! Sagte er und knallte gegen ein Auto. Naja, aber da werde ich definitiv irgendwann mal echt noch mal wühlen, ob ich nicht die Megadrive-Fassung dazu finde. Mini Gun! Mini Gun weg! Verdammt. Boah! World Bonus! Wow! Was auch immer das heißen mag. Oh, das ist so gemein. Wenn man sich den grünen Orb schnappt und dann so... Nee. Oh, da hat er einfach gebremst. Bin die Waffe weggenommen. Blech! Oh, come on! Die fahren echt vor dir und dann... Und tschüss! Das... Alter Schwede, ey! Okay. Was ein ges... Fieser Möpp! Boah! Ja nee! Du bist klar! Boah! Was geht bei dir denn ab, Meister? Die blauen Autos sind nicht kaputt machbar. Und jetzt kommen Minen. Ah, ich stehe hier gut, glaube ich. Kürzenmisse! Kürzenmisse! Einfach irgendetwas dahinten ist verstrahlt. Das ist der Hammer, echt. Mal gucken, ob ich die 20 schaffe. Ich muss auch immer gucken, wie lange das Video jetzt gerade läuft. Ich hab grad einfach viel Spaß dran. Oh, man trifft die Autos aber auch nicht, ne? Boah! Huiii! Nein! Was ist denn jetzt los? Achso, nochmal Warp. Na komm, Power Plant. Dreihen wir es mal ein bisschen in die Höhe. Stufe 27. Turbo! Ich will nicht sagen, dass der Turbo useless ist, ne? Aber ich nutze ihn nicht richtig. Grüne Autos. Ich kann sie abschießen. Na, da war mein Fuel fast zu Ende. Kann das sein, dass die mir die grünen Autos Fuel wegnehmen? Nö, kein Stück. Wiii! Jupp! Minen! Tod! Boah! Mit dem Reserve Fuel natürlich gedüst. World Bonus! 200 Punkte! Nice! Guck mal! Guck mal, jetzt komplett Wasser. Oh, wie ich denn ausgewichen bin. Elektroschild. Das hätte ich jetzt gebraucht. Mist. Man weiß auch nicht bei dem Auto, wo genau die Knarre ist. Oh Mann. Schießt mich doch echt einer von der Seite noch ab. Frechheit. Och Gott. Schon wieder mit dem Reserve-Tank. Das wird jetzt immer knapper. 30. Komm, die 30 muss drin sein. Ich krieg auch weniger rote Orbs und so. Ich krieg auch weniger Rote. Und schon wieder mit dem Steuer. Das wird jetzt keiner mehr rote Orbs. Und ja. Ich krieg auch weniger Rote. Ich krieg auch mehr rote Orbs. Und ja. Du musst jetzt mal rote Orbs und so. Ah, das ist ja auch ein Rote. erwischt man aber noch was im tank gehabt ja ein turbo ach man ey ich glaube ich habe nur am anfang meine turbo richtig geil genutzt oh mist ich glaube mein spiel ist vorbei oder auch nicht ich fahre aus dem letzten loch let's go turbo feierabend egal aber das war ein mega spaß fand ich aber ich muss das bild kleiner machen die man kann wirklich hin als pixel jetzt gerade sehen so meine augen werden leicht so pixelig game over ja wie gesagt das war road blasters matchbox toy usa ltd von tangen entwickelt oder auch gepublisht lizenziert von atari also not bad für den lynx wie gesagt lynx spiele ich muss auch leider echt zugeben wenn ich an den lynx deck habe ich kein parade spiel direkt vor augen na jetzt habe ich ein road blasters was kein launch titel war es nicht aber wie gesagt gab es auch auf verschiedensten anderen varianten mega drive zx spectrum amazon cpc c64 und das nes also wenn nicht auf dem lynx dann irgendwas anderes in dem sinne wünsche ich auch wie gesagt noch einen wunderschönen sonntag einen wunderschönen start in die woche wir sehen uns im nächsten video haut rein ciao